Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich beginne mal so, weil heute kommt eine Ruhm-Tour. Diese Ruhm-Tour ist jetzt einiges anders. Es ist einiges anders und einiges hat sich auch geändert. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal mit der Ruhm-Tour. Bitte beachtet nicht mein Bett. Das ist nicht, wie heißt denn das? Ordentlich. So viel nicht ordentlich. Und wie ihr sehen könnt, die Bank ist da. Und der Tisch. Es ist schon einiges anders. Vielleicht schaue ich noch schnell mal im Schwesterns-Zimmer. Tada. Jetzt werden auch später Videos online kommen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Wie ganz leicht sehen könnt ihr denn noch Schneegrossen. Aber ich habe heute kein Video gemacht, wo ich bin, wenn ich heute in der Stadt gegangen bin. Sonst hat sich nichts geändert. Nur, dass meine Schwester das Bett nicht mehr bei mir hat. Wir haben jetzt Blustdreck, gerade noch immer Schnee draußen. Super. Das Haberboard. So, das war die kürzeste Ruhm-Tour, was ich gemacht habe. Aber ich wollte eigentlich einfach nur zeigen, was sich da geändert hat. Die Bank ist da, ist der Tisch. Und mein unordentliches Bett. Und meine Uhr. Wir werden dann bald essen. Dann würde ich sagen, mal tschüss. Vielleicht sollte ich mal wieder mal Mario Kart spielen. Jetzt hatte ich euch noch ein Bett drauf und zeige mich noch mal schnell. Und dann würde ich sagen, tschüss. Und dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Okay.